Let's go! 10, 9, 8, 6, 7, sexy Digga, weh Bruder! 5, 4, 3, 1, äh? Ach komm, scheiß drauf Digga, bei mir hat's wieder hier ganz doll gekratten Bux, Bruder! Braucht man das alles? Nee Diggi, hab ich's trotzdem gekauft? Joa, bereue ich das? Nö! Real Talk! Wenn das Alzheimer reinkickt, du Real Talk sagst, richtig was raus wollen willst du es einfach vergessen. Wo steht deine PS4? Äh, meine PS4 ist in der Playstation verbaut Digga. Ich wollte jetzt schon wieder von irgendwelchen dummen M***söhnen im Chat gespoilert, weil ihr M***söhne seid. Und es nicht checkt, ihr kleine M***söhne, verp***t euch aus meinem Stream. Ihr seid richtige dumme M***söhne, die andere in Serien spoilert, löscht euch. Ihr M***söhnen verpisst euch aus meinem Chat. Worüber hast du geredet? Ich hab gesagt, dass der Streamer heute sehr viel Spaß gemacht hat. 24 Minuten sind 24 Minuten, Digga. Erstmal, ähm, äh, ja. Kommissar Monte ermittelt, ja. Maybe next time you are also the winning team. Sprachen lernen, Babbel. Weil 5%? Bruder, sind 5%? Nein, doch. Wo steht deine PS4? Äh, meine PS4 ist in der Playstation verbaut Digga. Ich bin ganz oben auf der Spitze von Mount Everest, Digga. Und die sind alle unterm... T-Secure... T-Secure... Innerin. T-Secure-Innerin. Achtung, 3, 2, 1... Oha, Digga. Oh. Jede gute Tag am Tat gibt dir Gutes zurück. Oh nein. Lull. 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 Was lernt man draus? Gar nichts. Moin moin, meine Frau. Ach, Digga. Es ist jemand reingejoint, der sich rassistisch... 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 Rass... Ach. Sprachen lernen, Babbel. Denk ich halt auch gar nicht drüber nach. Es gehört erst Müstli in die Schüssel und dann Zahn... Äh, Zahnpaster, Digga. Ihr lernt hier richtig was. Ich wäre ja nicht Monte, wenn ich... Ja, nicht Monte wäre. Wenn ich zu Hause sitze in einem Boxschuss... Boxschuss... Boxscher... Koks ist auch schlimm, aber Koks zähle ich nicht auf eine Ebene mit Kokain. Also, eins kann ich sagen. Das tat auf jeden Fall weg. Äh, warum war euer Bruder weg? Das tat auf jeden Fall weh. Ja, ja. Ja, äh, äh, nee. Ich sehe auch jetzt gerade, das ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen. Ich regener... Regenere... Regenera... 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 Ihr mich nicht. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als eine Rolex. Klar, zwei Rolex. Und in dem Sinne sage ich, Wiederschauen und reinhauen. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.